Der Präsident von Karoba, Sabir Cervantes, ist der Morgendvon. Richard Miller, der Top-Agent des VSSÖ, ist des Verbrechens beschuldigt worden. Der VSSÖ kann Richard Miller nur für 48 Stunden schützen, bevor er an der Regierung Karobes rausgesiedelt wird. Mit seinem Leben in Gefahr muss Miller schnell handeln, um die Wahrheit hinter der Art des Taktes auszuführen. Die Zeit läuft, der Ein-Mann-Armee davor. Richard Miller Marissa Soleil Zeus Pertrand Ricardo Blanco Cantaris Wild Dog Time Crisis, Project Titan www.feyyaz.com